Hallo alle zusammen, willkommen zu meinem Kanal und heute fahren wir nach Frankfurt. Wir sind vier Leute im Auto und ja, Frankfurt ist auch eine besondere Stadt. So, let's go! Los geht's! Hier sind meine Onkel von Ulm und meine Nachbarn von Heilbronn. Hallo, was meinst du? Ich bin nicht dein Onkel. Aber du bist mein Onkel? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Wie viele Kilometer mehr zu fahren? Ja, ich bin sechs Stunden. Okay. Ja, ich bin zwei Stunden. Srinivas, are you enjoying? Ja, ich bin da. Ja, so soon we are going to reach now to Frankfurt. Ja. Ja. In halve an hour probably. So, what we are going to eat there? Ja, let's see if we can eat something. Mit ha kaise? Ja. Und das will be from your side. Okay. Dankeschön. 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 So, wir sind in Frankfurt jetzt und wir gehen direkt in den Stilisen. Ja. 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 Bronwyn. Ja. Vi pulleys. Ja. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich denke, dass man muss einmal im Leben in Frankfurt kommen, man wohnt in Deutschland. Dankeschön und Gneisen. Danke alles, ja. Danke.